Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und herzlich Willkommen zum Tele-Stammtisch und zur Folge 4 der Moon Knight Recaps. Ja, die vierte Folge, die wir vorab schauen konnten ab nächste Woche, also ab Folge 5, ist es dann so, dass wir es machen wie sonst auch immer vorher bei den anderen Serien, dass wir erst die Folge schauen können, genau wie ihr an dem Tag, wo sie erscheint und dementsprechend kommen dann unsere Recaps noch am selben Tag oder einen Tag später. Aber bei Folge 4 konnten wir noch vorab arbeiten, deswegen freue ich mich, dass wir heute Folge 4, die sehr spannend ist, noch besprechen können. Ja, das Ganze mache ich nicht allein, ich bin euer Sam, natürlich habe ich den Patrick wieder an unserer Seite. Hi! Genau, und bei Folge 4 leider keinen Gast. Ging leider organisatorisch nicht so, weil wir halt, wie gesagt, Vorab-Screener hatten und dementsprechend es ein bisschen schwierig war, da was zu organisieren, oder Patrick? Ja, nicht nur das, vor allem Folge 4, die wird diskutiert werden und da wollen wir mit, welche der Ersten sein, die diese Folge hochladen, das kommt noch erschwerend dazu. Das natürlich auch, ja, richtig. Weil du schon sagst, es wird viel diskutiert bei der Folge 4, jetzt ohne auf irgendeine Szene einzugehen, aber das war doch einer der geilsten Folgen bisher von Moon Knight, oder? Für mich war das wirklich so eine abgefuckte Sternstunde, auch das MCU's, also sowas durchgeknalltes hat man vielleicht in Guardians of the Galaxy teilweise bekommen, aber in den Marvel-Serien, nein, das war wirklich eine der besten Stunden der ganzen Marvel-Serien. Ja, und dabei fängt die Folge eigentlich schon genauso an wie Folge 3 und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an, aber bevor wir anfangen, natürlich noch die Spoiler-Warnung, bitte erst die Folge selbst schauen und dann unseren Recap anhören, außer Paul natürlich, der darf auch vorher unsere Recaps anhören und die Folge dann nicht schauen. Naja, aber wir machen das so, wir besprechen jetzt Folge 4, wie gehabt, gehen wir es da durch und das fängt an mit, was bisher geschah, das kennen wir ja mittlerweile von diesen Marvel-Serien, wir kriegen mal so einen kleinen Zurückblick, was in den Folgen davor alles passiert ist, dann kommt dieses Marvel-Logo und dann fängt es eigentlich an und da muss ich mich schon entschuldigen, das haben wir in Folge 3 schon ein bisschen vorweggenommen, weil das kommt eigentlich erst in Folge 4, nämlich wie die Konju-Figur, beziehungsweise Konju hat sich ja in seine Steinfigur verwandelt, wie diese in eine Mauer abgestellt wird, zu anderen bereits dort stehenden Statuen, die vergessen worden sind, also die Gottheiten. Da haben wir jetzt einen interessanten Callback auf Folge 1, wo Steven sich ja beschwert hat über dieses Bild mit den Gottheiten und da meinte er, da sind ja nur 6 Götter statt 9 und bei dieser Göttersitzung, beziehungsweise bei diesem Götterrat hatten wir auch nur 6 statt 9 und ein paar davon waren in diesem Sarg-ähnlichen Dings aufgebahrt, also war das schon mal so ein Foreshadowing, also die Serie hat uns von Folge 1 an direkt mal gespoilert. Richtig, richtig. Also darauf hingewiesen, dass es eigentlich schon mehr Gottheiten gab, aber wir halt jetzt nur 6 auf diesem Poster hatten, wie du schon sagst, Foreshadowing, ja. Das ist echt schlau gemacht. Allgemein haben die Macher von dieser Moon Knight Serie da echt viel Kniff hinten reingebracht, auch mit diesen ganzen QR-Codes, wo man dann im Nachhinein rausgefunden hat, dass die QR-Codes im Hintergrund, dass das Verlinkungen zu Comics sind, die alles mit oder zu Moon Knight dazugehören oder die Entstehung von Moon Knight mehr oder weniger erzählen oder auch das erste Vorkommen von Moon Knight, was sehr schlau ist eigentlich. Oh ja, es war auch Werewolf bei Midnight und auch der Typ, den, wie heißt der, Gaspar O'Leal gespielt hat, das ist auch ein alter, bekannter Moon Knight-Charakter, habe ich dann im Nachhinein erfahren. Also da haben sie nichts dem Zufall überlassen, auch wenn Kevin Feige kryptisch immer angedeutet hat, ja, das wird jetzt gar nicht mal so viel mit dem MCU zu tun haben. Spätestens die Folge zeigt uns, Kevin Feige hat sich absichtlich kryptisch gehalten. Ich glaube, es hat doch ein bisschen mehr mit dem MCU zu tun, als wir denken, nur, dass da die Center gehalten haben, die Verweise. Auf jeden Fall, wenn wir gerade ja jetzt den kommenden Thor-Film hier uns im Hinterkopf behalten, da geht es ja dann auch ins griechische Reich, in den Olympus. Also Olympia heißt es ja in den Marvel, in den Marvel Comics, da ist es ja nicht Olymp, so wie man es kennt aus der griechischen Mythologie, sondern Olympia, eigentlich ein Planet wie halt auch der Planet von Thor selber, Asgard. Asgard war ja auch mehr oder weniger so ein, naja, Plattformplanet, kann man so nennen. Ja, aber auch mit Thor, da haben sie schon relativ früh, sogar schon in Phase 1, das mit den Göttern und Halbgöttern aufgemacht, nur, dass diese ägyptischen Götter, die sind anscheinend in so einer Zwischensphäre, deswegen brauchen die Avatare, um überhaupt kommunizieren zu können. Richtig, richtig. Und da hast du ja im Vorgespräch schon gesagt, gibt es einen schönen Verweis auf Thor 4, weil da kommt nämlich ein Charakter drin vor, den wir als, ja, darf ich das so sagen, ist das ein Spoiler? Aber wir sind ja eh Spoiler-Part von da. Ja, komm. Ja, also es ist ein Gottschlechter, kann man so sagen. Oh, der Gottschlechter. Genau, und der wird in Thor 4 eine Rolle spielen, weil Schauspieler... Christian Bale. Christian Bale war es, genau, der spielt den und ja, es hat dann schon mit Moon Knight so Verbindung, wenn man das so alles schon... weiß und in welche Richtung das alles funkt. Ah, ja, Dr. Strange hat auch immer von den älteren Göttern gesprochen und bei Eternals haben die auch immer wieder von den Ältergots geredet. Irgendwo wurden wir schon ein bisschen darauf vorbereitet. Entweder bereitet uns Moon Knight auf Dings vor, auf Thor 4, oder wir wurden die ganze Zeit so ein bisschen auf die Abgefucktheit von Moon Knight schon mal vorbereitet. Richtig. Vor allem, es gibt ja auch Comics, wo Moon Knight mit Blade oder auch dem Punisher, beziehungsweise auch Daredevil mal zusammengearbeitet hat. Die Midnight Suns. Genau, die Midnight Suns. Und da hätte ich schon Bock drauf, auch auf so einen Midnight Suns-Film, ne? Aber das ist jetzt nur, das ist alles nur reine, wie sagt man, Fans-Spinnerei, sag ich mal. Gebt uns einen Animationsfilm, dann könnt ihr auch gewaltmäßig auf die Kacke hauen. Ja, das stimmt. Ich meine, wenn Disney Plus grad Fresh da raushaut, dann ist das auch möglich. Ich hab sowieso das Gefühl, dass die Animationsserien ein bisschen brutaler sind als die Filme selber. Wenn ich mir Hitmonkey zurückerinnere, der war recht brutal. Die What If, die haben auch nicht grad gegeizt mit Brutalität, aber es war halt wenig Blut. Und grad die Zombie-Folge, wenn wir uns dran erinnern, die hätte wesentlich mehr Blut vertragen können. Aber wenn ich mir überlege, dass Thanos so in eine Hälfte geschnitten worden ist, grad mal so, ist da schon ein bisschen mehr Brutalität hinter dran, als in diesen Realverfilmungen. Aber wir schweifen ein bisschen ab. Ich wollte grad sagen, wir schweifen ein bisschen ab. Kommen wir zurück zur Folge selber. Wie gesagt, wir haben gesehen, wie Konju, also die Figur, in diese Mauer gestellt wird. Dann gibt's einen Umschnitt auf Steven. Steven liegt ja immer noch in der Wüste, ohnmächtig, weil er ja mit Konju die Gezeiten zurückgespult hat, sag ich mal. Und in der Zeit, wo er da ohnmächtig liegt, kommen halt Gangster, hab ich jetzt hier aufgeschrieben, also hier die Leute von Arthur, vermute ich mal, sind das. Ja. Kommen und möchten die auflauern. Leila flüchtet, ich sag schon wieder Leila, merkst du das? Leila. Leila flüchtet ins Auto oder zum Auto und macht die Leute dann fertig. Und als Steven aus seiner Unmacht zurückkehrt, ist er ganz schön erstaunt, was für Kampfskills sie doch hat. Sie machten mich die ganzen Leute ganz schön fertig. Ja, ich war auch erstaunt, was Leila so alles kann. Ja. Vor allem ist das jetzt bitter nötig. Zum ersten Mal ist Steven und Mark ungeschützt, also die sind nicht mehr unsterblich. Jetzt geht's um was plötzlich. Ja, richtig. Und nebenbei, während die drei, ja doch die drei fliehen, kommt so langsam immer wieder das zu tragen, was schon in Folge drei angedeutet wurde. Es wird immer wieder angedeutet, dass Mark eventuell Leilas Vater auf dem Gewissen hat. Richtig. Ja, das kommt ja in der Folge dann auch nochmal ein bisschen später, so, ein bisschen raus. Aber da kommen wir später dazu. Wir machen ja Schritt für Schritt. Und genau diesen Schritt machen wir jetzt auch. Denn beide fahren dann mit diesem Auto weg. Und Leila und Steven fangen eine Diskussion an, während Mark und Steven auch gleichzeitig eine Diskussion über dieses Fensterspiegelbild führen. Nee, es ist wirklich so abgefuckt, dass die drei da diskutieren, während Steven in dem Moment schon wieder im Spiegel fest sitzt und eigentlich quasi gegen die Wand brüllt. Ja, richtig. Weil es ist keine wirkliche Dreierdiskussion. Genau. Sie sind auf dem Weg zu diesem Grab, weil sie ja über dieses Sternbild, was sie ja bewegt haben, jetzt wissen, wo sich dieses Grab befindet, beziehungsweise dieser Sarkophag, wo Amit sich aufhalten soll. Und halten dann an einer Spalte im Felsen, wo sie ja dann auch hineingehen wollen. Sie kommen an ein Ausgrabungslager und Steven geht da in ein Zelt. Das sind so, also man kennt diese Zelte bei diesen Ausgrabungsstätten, diese, ich sag mal, ja, Wüstenzelte. Kennt man alle, denke ich. Und in diesem Zelt. Ich nenne das immer so diese Chefzelte, wo dann immer der ist, der den ganzen missplant. Genau. Der Chefarchäologe quasi sein Büro hat. Richtig. Genau, in diesem Zelt diskutieren Steven und Mark halt wieder, während Lila im Hintergrund Zeugs zusammenpackt, um halt in diesen Spalt abzusteigen. Während diesen Zusammenpacken und dieser Diskussion will Lila dann Steven küssen. Er weicht ja aber erst aus, also ist sich nicht so ganz bewusst, küsst sie aber ja dann doch, worauf Mark ihn dann schlägt. Also er kriegt die Kontrolle von Stevens Faust und haut ihn selber ins Gesicht. Aber vorher gesteht Steven, Lila, dass Mark sie eigentlich nur beschützen wollte. Genau. Er macht eigentlich, er spielt den Gentleman, der er eben ist. Ja. Und gesteht, dass auch Mark eigentlich nicht ganz so schlimm ist, wie sie die ganze Zeit gedacht hat. Weil sie hat ja wirklich gedacht, dass er die über Monate hinweg quasi ignoriert hat. Dabei wollte er einfach nur nicht, dass Contro von ihr Besitz ergreift. Richtig. Und das hat ja Mark ihr ganze Zeit vorenthalten, beziehungsweise einfach nicht gesagt. Und daraufhin sind ja, das sind wieder diese Missverständnisse, die entstehen, wenn man nicht miteinander redet. Das ist wieder dieses Batman und Superman Prinzip. Würden sie sich zusammensetzen, einfach mal reden, wäre es gar nicht so weit gekommen. Nur ist es hier schwerer, weil mindestens eine Person übernimmt den Körper. Richtig. Aber Mark ist ja jetzt ein bisschen außer Gefecht. Aber er hat zumindest eine Hand übernommen. Deswegen sorgt er in der Folge so ein bisschen für den Slapstick, wenn er Steven eine reinhaut, immer wieder mal. Ja, richtig. Also ihn praktisch mit seiner eigenen Faust bestraut. Ja, er haut sich selber. Ja, richtig, richtig. Gut, nachdem sie alles gepackt haben, um den Abstieg zu vollführen, steigen sie auch rein in diese Höhle und gehen halt immer tiefer hinein, bis sie an ein Grab kommen, beziehungsweise eine Ausgrabungsstätte. Das ist so verziert mit diesen ägyptischen Figuren und so. Und er zeichnet noch Rasauge in den Sand und erklärt das Zeichen. Ja, Steven ist gerade voll in seinem Element. Also er ist gerade so herrlich schön am abnern, weil das ist quasi das, was er die ganze Zeit sehen wollte. Genau. Und jetzt steht er da in so einer Pyramide und kann sein Glück eigentlich nicht mehr fassen. Ja, richtig. Und ja, wie du schon sagst, kann es nicht fassen und ist so dermaßen begeistert, dass er dementsprechend dieses Zeichen ihr erklärt. Ja, das ist wie Henry Cavill, wenn er irgendwelche Warhammer-Figuren sieht oder World of Warcraft. Also so ähnlich wie Henry Cavill, wenn er abnern darf, ist er gerade. Ja, es ist einfach Nerdtum, ne? Er hat so sein Wissen und das will er dann halt auch kundtun. Gut, sie gehen dann weiter hinfort durch dieses Grab und kommen dann an eine Opferkammer, an so ein Pult oder wie nennt man das, an ein Altar, an so ein Opferaltar. Das ist ein Altar. Genau. Der halt blutverschmiert ist und die Blutspur zieht sich in so einen Gang weiter raus. Vor allem hängen da auch teilweise noch Fleischfetzen, so vergammigte. In der Folge ist es schon ein bisschen wieder eine Spur heftiger als man es sonst von Mario gewohnt ist. Man sieht einiges an Leichenfetzen, einiges an Blut. Richtig. Und Steven sagt das mit so einer Trockenheit teilweise, joch, die Leute, die haben das damals so aufgespießt und ich denke teilweise, Steven ist in der Folge arg naiv. Er erklärt gerade, was passiert, ist dann aber schockiert, wenn es denn so passiert. Also es ist ein bisschen strange. Ja, vor allem erkennt man halt auch an dieser Blutspur, dass es keine alte Blutspur ist. Also es ist schon eine frisch zugefügte Blutspur und die zieht halt sich durch diesen Gang. Und wie du schon sagst, es ist echt blutig fürs MCU. Also es ist echt schon sehr heftig auch mit diesen ganzen Fetzen und so, wo da rumliegen ja genau. Er klettert dann auf eine Anhöhe hoch, weil er ein Utensil sucht, also einen bestimmten Gegenstand. Und er ist dann auf dieser Anhöhe und während er da oben, das ist wie so eine Küche, würde ich fast sagen, da hängen lauter so Schalen und Töpfe, wollte ich jetzt sagen. Quatsch, keine Töpfe. Ich würde es eher so als Pfarrer ohne Labor bezeichnen. Ja, Pfarrer ohne Labor, er trifft es als Küche. In der Küche, da mumifizierst du nicht irgendwelche Leute, da ist kein Blut. Und außer du schlachtest jetzt hier etwas frisch, das hoffe ich nicht. Nein, das stimmt, das stimmt. Vor allem riecht es dann nicht nach Verwesung. Das stimmt schon. Ja, Küche war ein schlechtes Beispiel, aber ja, hast recht, hast recht. Genau, und während er da oben halt am Suchen ist, kommt jemand, also sie hören, dass jemand in diese Opferkammer herkommt, also zu ihnen kommt und beide verstecken sich erstmal. Vor allem hören die auch Schüsse. Ja, genau. Also die Schüsse kündigen es vorher schon an und Steven ist dann trotzdem irgendwie noch so halb verträumt und ist trotzdem halb fasziniert bei dem, was er da alles sieht. Was er da alles findet, richtig. Und vergisst da echt die Deckung und ich bin mir sicher, dass da irgendwo in den Runen, vielleicht haben wir da so einen Hieroglyphen-Artigen QR-Code irgendwo. Mit Sicherheit. Die man da scannen könnte. 100% ist da irgendwo auch ein QR-Code, den wir bis jetzt noch nicht entdeckt haben. Ey, diese ganzen Hieroglyphen, die bieten sich dafür quasi an, irgendwo versteckt ist er dann. Könntest du mir auch gut vorstellen, dass auf diesem Altar, auf diesem Opferaltar irgendwo so eine Krabbe ist. Nicht wirklich authentisch. Ja, aber dass sie halt das irgendwie so gemacht haben, dass man das trotzdem abscannen könnte. Könnte ich mir gut vorstellen. Naja. Wie gesagt, wir waren an der Stelle, wo sie sich beide verstecken. Und die Person, die man, also die, wo sie jetzt schon angekündigt hat, kommt dann auch in diesen Raum rein und legt eine andere Person auf diesen Opferaltar ab. Dieses Opfer, was dann auf diesem Altar liegt, das erkennt man schon an der Kleidung, muss jemand von entweder Arthurs Leuten sein oder halt ein anderer Soldat, weil er sieht so typisch Soldat mäßig aus, also diese Soldatenklamotten an. Ja, und diese Person, wo ihn reingetragen hat, sticht dann auf den Körper mehrfach ein, beziehungsweise man hört auch dann mal kurz beim Wegschnitt, dass irgendwas runterfällt. Also er schneidet durchaus auch was ab. Ja. Genau. Die zwei, also ja, du wolltest was sagen? Wir wissen ja im Prinzip, wer sich da so langsam anbahnt. Ich finde das schon seltsam, was für ein Geheimnis die da draus machen. Wer könnte das sein? Ja. Wie viele Gegner habt ihr bisher in der Staffel? Egal. Das stimmt schon. Genau, die zwei, also Layla und Steven, die stellen sich nicht gerade schlau an mit dem Verstecken, denn erst macht Layla ein Geräusch, wo diese Person, wo ja gerade diesen Soldaten abschlachtet, aufmerksam wird. Da macht Steven von der Anhöhe ein Geräusch, worauf dann, ich sag mal, Mumie jetzt hat. Es ist so ein bisschen Mumien-ähnlich, dieses Viech, sich auf Steven dann konzentriert. Und damit aber Steven nicht in Gefahr gerät, lenkt Layla dann diese Mumie nochmal ab mit einem Geräusch oder mit einem verursachten Geräusch, sag ich mal. Ja. Wie die flüchten, das war ja schon richtig Slapstick-artig, so dramatisch das alles sein soll. Ja, ich war nicht ganz so ergriffen, weil die sich schon sehr vertrottelt anstellen. Ja, ja, das ist richtig. Aber das ist auch wieder so typisch, finde ich, für diese Art von Film, beziehungsweise jetzt in dem Fall jetzt die Serie, dass da manchmal die Logik fehlt oder das Handeln. Sagen wir mal so, ich habe jetzt Wrong Turn, die Foundation habe ich mir jetzt mal angeguckt endlich. Gott. Ja, weil ich die anderen Filme ja alle gesehen habe. Ich dachte, komm, jetzt muss ich den mal auch anschauen. Und beim Anschauen dachte ich schon, Alter, wie dumm kann man es sein. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Alter, wie sehr kannst du einen Film zerschneiden? Da ist gerade diese Folge mit deutlich mehr Saft. Ja, das stimmt. Das ist, ja, wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Ich will gar nicht drüber reden. Ich dachte nur, das ist aber wieder so typisch Teenie-Slasher oder Teenie-Horrorfilm, wo ich mir denke, Alter, so dumm kann man nicht sein. Aber gut. Das passt eben zu den Horroranleihen, die diese Folge ja sehr hat. Richtig. Gut, machen wir weiter. Leila, ihre Flucht endet schlagartig vor einer Schlucht, denn da fehlt die Brücke. Also da war mal wohl eine Brücke aus Holz oder Holzleinen gespannt, aber die existiert nicht mehr. Und jetzt versucht sie aber auf die andere Seite zu kommen, indem sie am Rand von dieser Schlucht über eine Felsvorsprung oder so ein Trampelweg ist. Das ist schon ein kleiner Vorsprung. Das Trampelweg, nee, das ist, das sind eher so Einkerbungen in der Wand. Das ist jetzt nichts, was so wirklich als Leiter geplant war. Ja. Aber sie versucht dann diesen Unebenheit in der Wand sich entlang zu hangeln. Richtig, genau. Und da ist es auch wieder so filmtypisch, dass halt manchmal was abbricht und sie sich dann im letzten Moment doch noch halten kann. Also es ist so richtig wieder in diesem typischen, ich muss auf so einen ganz kleinen schmalen Grad mich jetzt entlang hangeln, um auf die andere Seite zu kommen. Und das wird hier halt auch so dargestellt. Oder eben Uncharted-mäßig. Genau, bis an, ja, Uncharted ist ein gutes Beispiel. Stimmt. Bis an so eine Art Spalt kommt in der Wand, wo ich mir schon gedacht habe, pass auf, in dem Moment, wo sie da drüber gehen will oder sich vorbeihuschen will, greift jemand raus oder irgendwas springt raus, Fledermaus, irgendwas springt raus, dass sie sich erschreckt. Und wie ist es? Es ist so, eine Mumie oder beziehungsweise die Mumie, wo wir vorher in diesem Opferaltar, Opferkammer gesehen haben, schnappt nach ihr durch diesen Spalt. Sie können sich dann auf der anderen Seite von der Schlucht auf diesem Vorsprung oder auf diesem Vorsprungplatz, können sie sich noch retten in dem Sinne, dass sie halt jetzt auf diesem Plateau sind. Und da fangen sie dann gegeneinander an zu kämpfen. Ja, diese Viecher, die hat er ja auch angedeutet, quasi in der Krypta, da hat er gemeint, das sind so die Schützer von dem Grab. Ja. Also quasi, wie wir es auch bei den Mumien zum Beispiel hatten, diese Pharaonen, die Emotep geschützt haben. Richtig. Sowas in der Richtung ist es eben auch. Und wie schon gesagt, die zwei kämpfen dann gegeneinander, wobei sie ihm ja noch einen Arm abreißt. Fand ich ganz lustig irgendwie gemacht. Ich fand's klasse. Ja, war gut gemacht. Und jetzt kommt aber auch wieder sowas, ich finde diese Szene mit Lila gerade in diesem Fluchtversuch hat sehr viel Slapstick, beziehungsweise sehr viel von alten Abenteuerfilmen. Denn sie stürzen beide angeblich in die Schlucht, aber Lila konnte sich dann doch noch halten und ist doch nicht abgestürzt. Ja, ne, also das ist so typisch die alten Abenteuerfilme, oder? Findest du das nicht? Das ist so typisch die alten Abenteuerfilme, das ist so typisch Tomb Raider. Ja, das ist wahr. Nee, ich hab's gefeiert. Ich vermisse diese alten Abenteuerfilme, wo man dann auch das Gefühl hat, dass wirklich was Jahrhundertealtes entdeckt wird. Was mir beim Uncharted-Film irgendwie gefehlt hat. Oh, da ist ein Schlüssel, oder ist ein Schlüsselloch. Uh, und nee, da hast du wirklich so diesen schönen Entdeckerdrang. Und ich freue mich, diese Folge noch ein paar Mal anzuschauen, weil bestimmt haben die da wirklich einiges an Verweisen gebracht. Mit Sicherheit. Inklusive wahrscheinlich C3P und R2D2E irgendwo in den Hieroglyphen eingestanzt, wie ich Disney einschätze. Die machen das ja immer. Das kann gut sein, ja. Und ja, ich fand auch diesen Wächter, der war so herrlich creepy, wie das Monster of the Week inszeniert, da schlägt mein Trash-Heads eben wirklich höher. Ja, das stimmt, genau. Und Lila kann sich ja dann wieder auf dieses Plateau retten, indem sie hochklettert und bemerkt dann Arthur auf der anderen Seite, dass er sie die ganze Zeit beobachtet hat oder diesen Kampf beobachtet hat. Genau, und dann sehen wir einen Umschnitt zu Steven, denn Steven kommt in einer Kammer an mit ganz vielen Relikten am Boden, ist alles aus Wasser. Also der Boden besteht aus praktischem Spiegel aus Wasser, aber nicht tiefes Wasser, sondern, ja, ich sag mal, Knöchel hoch. So wie er drin rumläuft, ist das Wasser. Und es ist eigentlich ganz praktisch gemacht, dass der Boden wieder so diese Spiegelfläche hat, weil dann kann er nämlich wieder mit Marc reden. Ich mag generell dieses Spiegelspiel in der Serie. Richtig. Sonst wäre es ja langweilig, wenn sich hier Oscar Isaac nicht die Seele aus dem Leib spielen müsste. Ja, vor allem Oscar Isaac redet mit Oscar Isaac. Das ist immer wieder gut zu sehen. Und wie cool der da wirklich die Akzente da teilweise im Satz switcht, also alle, die das auf Deutsch gucken, hört unbedingt mal im O-Ton rein, weil Oscar Isaac, was der da mit seinem Akzent und der Stimme macht, das ist so klasse. Und das wollte ich jetzt auch noch anmerken, da stimme ich dir voll und ganz zu, Patrick, danke, dass du mich auch dran erinnerst, weil wir haben die vier Folgen ja auf Englisch sehen dürfen oder können. Und da macht er das so genial, dass wenn er Steven ist, Steven spricht in so einem hochbritischen Dialekt und wenn er Marc ist, ist er so ein typischer Ami, so dieser Ami-Slang, sag ich mal. Und das switcht er so oft hin und her und ich hab mir jetzt mittlerweile ja auch das mal in Deutsch angeschaut, weil das ist ja bei diesen Plus jetzt mittlerweile auch auf Deutsch erschienen, ganz normal. Und da kommt es nicht so gut rüber wie bei der englischen. Die Synchronstimme macht ihr Bestes, aber er hat da wirklich so viele Facetten, wo er im Satz gefühlt zwei, drei Mal quasi im Charakter switcht. Marc ist ja wirklich so dieser Veteran, also dieser Soldat, der stur ist, der sich durchkämpft und seinen Willen durchkriegt. Und Steven ist so dieser nervöse Nerd, der sich irgendwie einen abstammelt und trotzdem nichts hinkriegt und in der Serie dann nach und nach dann trotzdem das Bewusstsein kriegt, mithilfe von Mr. Knight. Ja, richtig. Also auch da gibt es jetzt mittlerweile Abstufungen, dass er so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein hat und das kommt jetzt auch zu tragen, wenn er dann auf einmal beim Grab von Alexander den Großen steht, der der Vorarmis Stimme war. Genau, da werde ich nämlich jetzt drauf kommen, das ist nämlich die nächste Szene. Er entdeckt diesen Sarkophag von Alexander der Großen und dann ist aber nochmal ein kurzer Umschnitt zu Arthur und Leila, das dürfen wir nicht vergessen. Da reden die zwei nämlich über diese Schlucht hinweg, über ihren Mann, also Marc, was der mit dem Vater angestellt hat, beziehungsweise was da passiert ist. Also sie erfährt jetzt so mehr oder weniger die Wahrheit von Arthur, mache ich extra in Gänsefüßchen, also die Wahrheit, die Arthur ihr glaubhaft machen will, dass Marc in einem anderen Licht dasteht. Genau, das muss man auch kurz erwähnen. Die Szene kam auch. Er hat zumindest mal wieder Zweifel gestreut. Genau. Und das kann er gut. Also wie es so Sektenführer ganz gerne machen, dass die erstmal die nächstbeste Autorität infrage stellen, damit die rüber wechseln. Also das ist schon sehr gut, was der Arthur da macht. Ja, richtig, richtig. Genau, jetzt machen wir wieder einen Schnitt zu Steven. Steven untersucht nämlich diesen Sarkophag und liest dann auch auf dem Sarkophag, dass Alexander der Große wohl der Avatar von Amit war, wie du schon gesagt hattest. Er öffnet diesen Sarkophag dann und überlegt jetzt, ja, wo könnte denn jetzt dieses Artefakt, was er sucht, wo könnte das denn hier im Sark sein? Er sieht's nämlich nirgends. Ja, da wird aber auch erwähnt, er ist die Stimme und dann kommt er auf einmal darauf, er greift Alexander den Großen in den Rachen. Ja, vorher bricht er ihm noch den Kiefer, genau. Er reißt ihn ja zu den Kiefer noch so runter, da hast du ein richtiges Knacks. Ja, genau. Und ja, er greift dann in den Kiefer rein, also in den Rachen und holt dann tatsächlich aus dem Rachen die Statue von Amit. Ja, wo bewahrt man Statue noch sonst auf? Ja, natürlich. Auch wenn du schon sagst, wenn es heißt die Stimme, ist es naheliegend, dass es im Kehl, in der Kehlraum, also da in der Nähe liegt. Mich hat das halt ein bisschen an Ashworth's Evil Dead erinnert, wo sie das Bruder Tod in der Leiche deponiert haben. Oh, auch sonst. Ja, richtig. Man hätte es auch einfach so beilegen können in den Sarg, aber nee, man muss es noch in den Mund stopfen. Ach komm, die Ägypter, die haben ihre Leichen ganz gerne verschandelt mit der Begründung, das sieht ja stylisch aus und das muss so sein fürs Jenseits. Ja, das stimmt. Ohne, dass ich mich jetzt über die Kultur lustig mache. Nein, 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 natürlich nicht. Aber es ist eben wirklich so, dass die Leichen schon sehr präpariert wurden immer. Ja, das ist richtig. Na gut. Jedenfalls zieht er diese Statue ja aus den Rachen von diesem Alexander den Großen und als er diese Statue hochhebt und sich halt freut oder beziehungsweise die Statue bewundert, kommt Leila zu ihm hinzu und möchte direkt mit Mark reden. Also sich fordert es mehr oder weniger, Steven, hau ab, ich will jetzt mit Mark reden. Ja, wegen diesen schönen Zweifel und Mark sagt dann ja nicht, er hat den Vater erschossen, das war einer seiner Kollegen, was es natürlich so viel besser macht. Genau, also sie machen dann diesen Buddy-Switch natürlich, Steven und Mark, dass Mark natürlich oft mit ihr reden kann. Und wie du schon sagst, sie fragt ihn nach der Ermordung von ihrem Vater, wo er dann noch sagt, nee, nee, er war nur dabei. Nein, ich selber war das nicht, er war nur dabei. Wo ich gedacht hab, naja. Das musst du bei einem Date dich trauen zu bringen. Definitiv. Aber dieses Misstrauen hält nicht lange, weil jetzt kommt auch direkt Arthur oder Afer und er schießt Mark einfach mal. Genau, sie werden gestört von Arthur und ja, er schießt ja nicht direkt auf ihn, er verlangt ja noch über, er verlangt nach dieser Statue und redet über Entscheidungen. Er muss jetzt eine Entscheidung treffen und Mark sieht es halt nicht ein, weil er ist ja Mark, Steven hätte vielleicht anders reagiert und daraufhin erschießt dann genau. Und dann fällt er ins Wasser, beziehungsweise ich hab geschrieben ins Wasser, Schrägstrich durch das Wasser. Es gibt ja nicht einen schönen Umschnitt, wie wir jetzt Mark oder Oscar Isaac, sag ich mal, ins Leere sinkt, ne. Oder vielleicht ist es auch Jake. Oder vielleicht ist es auch Jake. Genau, er sinkt durch die Leere, also er fliegt ja in einem im Schwarzen nichts, von seiner Haare und seiner Kleidung, wie es sich bewegt, sieht es aus, als würde er im Wasser sinken. Aber es ist einfach nur eine Leere, es ist einfach nur schwarz, bis dann auf einmal ein Licht kommt, ne. Und dann wird's lustig und das ist der geilste Teil von der, von dieser Serie, beziehungsweise von dieser Folge. Weil dann gibt's einen Schnitt und wir sehen auf einmal einen Dschungelrückblick, so eine Art Film mit diesem grobkörnigen Style und so. Genau, wir sehen diesen Film und dann kommt diese Einblendung des Treven Grant, so eine Art Indiana Jones Film. Saugeil. Ja, und deswegen komm ich ja zu meiner Theorie, was ist, wenn Jake, also diese beiden Charaktere, als so eine Art Schutzmechanismus quasi erschaffen hat, das erst lieben, als Schutzmechanismus erschaffen hat. Und Mark, also auf der einen Seite so sein nerdiges, sein geballtes Wissen über diese Ägyptologie. Ja. Und dann mit Steven noch so diese Rechtfertigung, dass er Leute umbringen könnte, beziehungsweise sein Abwehrmechanismus. Ja. Es gibt eine Serie, ich nenne jetzt nicht den Namen, weil das würde komplett spoilern, aber da war ja auch der große Twist, dass wir den eigentlichen Hauptcharakter nie gesehen haben und die Charaktere, denen wir gefolgt sind, oder der Charakter, denen wir gefolgt sind, das war auch so ein Schutzmechanismus. Mhm, das stimmt. Gut, wir müssen jetzt auch sagen, dass dieses Dschungel-Setting, dass das ein Film in einem Röhrenfernseher ist und der zoomt, also die Kamera zoomt so heraus und wir entdecken dann, dass wir uns in einer Psychiatrie befinden. Und das finde ich eigentlich richtig schöner Verweis auf diesen Comic, den ich ja schon mehrmals erwähnt hatte in unseren Recaps. Willkommen im neuen Ägypten, so heißt der Comic von Moon Knight. Es ist nämlich genau dieses Psychiatrie-Setting, wie wir aus diesem Comic kennen oder so ähnlich, sage ich mal. Und alles in dieser Psychiatrie, wo er gerade sitzt, machen irgendwie so Andeutungen auf Khonshu. Figuren sind Personen, wo er auch in diesen drei Folgen davor schon gesehen hat, wie eben auch hier den Foley, ne Crowley hieß er. Crowley. Oder einzelne Charaktere, wo wir halt in den Folgen davor schon gesehen haben, sehen wir hier in dieser Psychiatrie sitzen. Und dann stellt man sich doch dann die Frage, war das jetzt alles nur Einbildung, wie du schon sagst, von... Jake. Jake, genau. Hat er diese zwei Figuren, Mark, Moon Knight, Mr. Knight, Steven nur erfunden? Und ist das eigentlich das Setting, wo wir uns eigentlich wirklich befinden? Vor allem ist es auch wirklich ein schöner Verweis auf die Comics. Da hält man sich ja auch immer offen, oder meistens hält man sich's offen, ob er nicht einfach nur komplett durchgedreht ist und diese ganze Göttersache einfach nur ein Ventil für seine Aggression ist. Richtig. Und dann gibt's Comics, da sagen sie, ja komm, Konju ist ein Gott, der ist jetzt von Gott besessen, der ist ein bisschen Shitso. Ja. Aber gerade wie sehr gut die damit spielen und auch, dass der Arthur Harrow da jetzt quasi der Psychologe von ihm ist, das ist so geil. Man sieht ihn ja nicht, aber man erkennt ihn an der Stimme, an der Gangart und allem. An den Schuhen. Man sieht ja der erste, ja. Diese scheiß Schuhe, ey. Ich krieg da Schmerzen, wenn ich das hier... Vor allem sind auch so Sachen wie, er hält ja auch eine Moon Knight-Figur in der Hand, ne? Und er hat eine VHS von Steven Grant. Steven Grant in der Hand. Und er selber ist mit einer Fußfessel angebunden, mit dieser Fußfessel, was er auch an diesem Bett schon hatte. Also es ist echt stark, ne? Also, und dann kommen sie ja auch in dieses, also er wird ja dann in dieses Zimmer, in dieses Büro von diesem Psychiater gefahren, eben wie du schon sagst von Arthur. Und auch in diesem Büro sind so viele Andeutungen und so viele Hinweise auf diesen drei Folgen davor, wo er dann, ich glaub man sieht sogar ein Aquarium im Hintergrund, wo dann dieser Frisch durchfühlt und so. Also, es ist echt so geil gemacht, wo man jetzt denkt, sagen wir mal, waren die ersten drei Folgen jetzt wirklich nur Einbildung? Waren wir jetzt eigentlich alle nur in dieser fiktiven Welt von seinen Gedanken? Also in seiner Gedankenwelt? Ja, vor allem auch, wenn dann Arthur mit ihm redet, dann, da ist auch so viel Wortwitz, da sind so viele Metaebenen. Und er sagt ja auch so diese Steven-Grant-Abenteuer-Geschichten, das war doch kompletter Bullshit. Da sagt er, und auch wie er an den Rollstuhl gebunden ist, eben mit dieser Kette. Und versucht sogar noch vom Jenseits aus, Mark, Steven oder Jake, komplett in den Wahnsinn zu reden. Das ist einfach nur gut gespielt. Ja, vor allem wirkt es halt so, als hätte Arthur schon Ahnung, dass das jetzt nur eine Scheinwelt ist, diese Psychiatrie und das andere die Wirklichkeit. Aber er verkauft es halt so, als würde er, oder dass er das anders sieht. Also es ist echt gut gemacht und ich muss mir diese Folge unbedingt nochmal auf Deutsch anschaue, weil ich, also in dieser Folge hatte ich leider keine Untertitel, wo ich mir ab und zu lesen konnte. Untertitel waren dabei. Ja? Ja. Konnte man sich separat, okay, dann habe ich vielleicht ein paar Sachen nicht richtig gelesen oder übersprungen, kann es sein. Aber ich möchte auf jeden Fall nochmal genau wissen, was sie besprochen haben, weil ich habe zwar einiges notiert und so, aber wie gesagt, manches ist mir vielleicht auch beim Notieren untergegangen. Und ich bin mir wirklich sehr, sehr sicher, dass in dieser Folge auch mindestens eine Anspielung auf einer Flug über das Kuckucksnest drin ist, weil das ist ja quasi der irrenden Streitsfilm schlechthin. Ich habe die ganze Zeit nur damit gerechnet, dass der Indianer da ums Eck kommt noch. Ja, ist richtig. Was ich noch anmerken wollte, ist, dass im Comic nicht Arthur da sitzt und mit ihm redet, sondern die Professorin Emmett, was ja so eine Anspielung auf Amit ist, das sagen sie am Comic auch so. Also, ich heiße, sie sagt ja mehrmals, ich heiße Emmett, nicht Amit, weil er immer Amit zu ihr sagt. Und das wollte ich noch dazu sagen, dass das... Wer sagt dir, wer sagt dir, dass jetzt Arthur nicht mit Amit verschmolzen ist, beziehungsweise mit Emmett, weil er ja mittlerweile diese Statue in der Hand hat und er weiß ja, was er mit ihr zu machen hat. Und wahrscheinlich hätte er die mit dem Staat zerbrechen können und dadurch konnte er dann Marc vielleicht nochmal im Jenseits terrorisieren, eben weil er jetzt auf einmal mit dieser gottähnlichen Macht verschmolzen ist. Und deswegen macht er vielleicht gerade auch daraus, gerade diesen psychedelischen Albtraum. Ja, richtig. Um ihn wirklich im Toten nochmal in den Wahnsinn zu treiben. Ja, richtig. Ich habe mir hier noch notiert, Flieger auf der Hand bewegt sich sehr eigenartig. Also, er hat ja im Gespräch mit Arthur, landet irgendwann so eine Mücke, so eine Fliege, so eine ganz normale Hausfliege auf seiner Hand und die bewegt sich so nicht real. Ich würde mal sagen eher so, ja, Stop Motion würde ich sie auch nicht fast nennen, sondern schon, ja, irgendwie eigenartig. Abgehakt. Abgehakt. Die bewegt sich abgehakt. Ähnlich wie diese Fliege da von Agatha All Along, beziehungsweise diesem Motto, die sich auch sehr, sehr unwirklich bewegt hat. Aber vielleicht sind das jetzt mittlerweile die neuen Horstiere für Verrückte, irgendwelche abgefuckten Insekten. Wer weiß das? Richtig. Genau, und im Gespräch mit Arthur sagt ja Marc selber noch, ihn erinnert hier alles, aber wirklich alles an Steven und er kriegt Steven nicht aus dem Kopf. Und er fühlt sich aber in die Ecke gedrängt von Arthur, woraufhin er dann abhauen möchte und schafft das dann auch. Also er rennt durch die Tür und haut dann die zwei Wärter, wo wir ja kennen aus den Folgen davor als Polizisten, haut er ja noch zu Boden und rennt dann durch die Gänge. Bis er aus einem Raum komische Geräusche bemerkt. Einen Hämmern. Er hört einen Hämmern. Ja, einen Hämmern, genau, es war ein Hämmern. Und geht dann in diesen Raum und in diesem Raum steht ein Sarkophag in der Ecke. Und als er diesen öffnet, ist da Steven eingesperrt, also er nochmal. Also es befinden sich jetzt praktisch zwei im Oscar Isaacs in einem Raum. Und zum ersten Mal sieht man die auch zusammen spielen. Ja, richtig, genau. Also erstens ein bisschen verwundert der Marc, aber relativ schnell tun sie sich dann zusammen und wollen dann zusammen abhauen. Rennen dann durch die Gänge von dieser Psychiatrie bis an eine große Tür kommen. Und bevor sie diese Tür aufschlagen können, wird sie von der anderen Seite aufgeschlagen. Und es steht ein riesen Nilpferd vor ihnen und sagt, hi. Ja, dieses Nilpferd, das haben wir in der ersten Folge schon als Plüschtier gesehen. Das müsste Pueres die Göttin der Geburt sein. Richtig. Beziehungsweise deutet sich da an, dass Marc, Steven, Jake, wer auch immer, wiedergeboren wird und dadurch wahrscheinlich Konchu wieder mitnehmen kann. Ja. Weil ja Marc so einen Sicherheitsplan hatte, wie er Konchu zurückholt. Richtig. Aber schon allein dieses Nilpferd. Ich habe am Ende gedacht, what the fuck. Und habe mir erst mal den Arsch abgelacht und mich geärgert, dass ich danach, nicht geärgert, aber ich dachte, ja, jetzt können wir vier Wochen warten, bis dieser abgedrehte Cliffhanger aufgeklärt wird. Ja, definitiv. Das ist nämlich unser Problem. Wie schon gesagt, wir haben ja die vier Folgen. Ich würde jetzt nicht sagen Problem. Ja, aber es ist schwieriger, vier Wochen zu warten, als zu wissen, okay, nächste Woche sehe ich dann die fünfte Folge und weiß, wie es weitergeht. Und wir mussten jetzt vier Wochen warten. Eigentlich nicht. Es ist schon ein Privileg. Ja, natürlich, natürlich. Aber du weißt, was ich meine. So als, so als, gerade als Marvel-Fan will man natürlich wissen, wie es weitergeht und wird dann gezwungen. Aber wir haben einen wichtigen Satz vergessen. Ja. Also Arthur sagt, ich habe diesen Satz extra notiert, weil der wird wahrscheinlich für die nächste Folge irgendwie wichtig sein. Kein Baum kann zum Licht des Himmels in Por steigen, wenn er nicht in die Tiefen der Hölle hinunterragt. Mhm. Wir leben in einer geistigen Welt. Ja. Also wahrscheinlich musste er da wirklich erstmal in die Hölle. Mhm. Und dieses Video mit Mark, ne, mit Steven als Archäolog, das hieß Tomb Buster. Ja. Also. Ja, ja, ist richtig. Ja, ich bin echt gespannt, weil wir haben jetzt nur noch zwei Folgen, also Folge 5 und 6, und die können wir jetzt auch, oder müssen wir jetzt auch regulär schauen. Die werden wir jetzt regulär schauen. Definitiv. Bösen, ja. Müssen, ja. Du weißt, wie ich es meine. Ich meine das ja nicht böse, dieses Müssen. Aber ich freue mich definitiv auf die fünfte Folge. Und wir beenden natürlich erst noch diese Folge jetzt, die vierte Folge, denn beide stehen vor diesem Nilpferd und erschrecken sich tierisch. Und man hört einen Schrei, dann ist die Folge zu Ende. So, dass wir einen schönen Schlussstrich gezogen haben, das ist das Endbild von dieser Folge. Genau. Und wir haben uns vielleicht auch belogen, der hat uns vielleicht auch belogen. Er ist kein Tom Holland, der mal eben halbe Filme spoilert, sondern er hat bisher gesagt, es gibt keine weiteren Pläne mit Moon Knight. Das glaub ich erst, wenn du es nicht siehst. Und er hat so qua erstens das und selbst wenn er sterben sollte, ist das jetzt mit der Folge revidiert. Ja. Also auf der anderen Seite ist das halt wirklich gefährlich, dass das Jenseits jetzt wirklich so lockerflockig dahin geht. Dadurch werden die Heldentode jetzt nochmal ein bisschen verwässert. Aber an sich war das eine richtig geil abgedrehte Folge. Also wie gesagt, das fand ich jetzt bisher einer der besten Folgen aus dieser Serie, also Moon Knight. Aber da kommen wir gleich bei Bewertungen noch drauf zu sprechen, weil ich wollte jetzt noch eins sagen zu wie weit oder inwiefern hat dieses jetzt Einfluss aufs MCU. Wir haben ja gehört, dass viele Serien zwar ins MCU mit einspielen, das sehen wir dann auch bei Doctor Strange 2 mit Wanda bzw. Scarlet Witch, wo wir jetzt ja kennengelernt haben und ihren Kindern, weil wir haben ja bei der Serie am Schluss in dieser After-Credit-Scene noch diesen, ich sag mal, Verweis bekommen, dass ihre Kinder gehört hat, um Hilfe schreien. Mich würde es jetzt interessieren, wie sie Moon Knight, weil ich finde Moon Knight ist so ein interessanter Charakter und so eine coole Figur, dass man die irgendwie einbauen könnte ins MCU oder ob das nur so, also wie gesagt, das ist jetzt nur so ein Gedankenspiel von mir, wie sie die Handlung von Moon Knight, also die Geschehnisse, was wir jetzt praktisch gesehen haben mit diesen Göttern, weil die ja nicht wirklich da sind, wie du schon gesagt hast, in so einer Zwischenebene oder so irgendwo hantieren und deswegen ihre Avatare auf der Erde haben. Wie dieses ganze Konstrukt jetzt ins MCU mit einbaut. Wir wissen in Tor 4, kriegen wir ja jetzt die Olympia zu sehen und da haben wir noch ein Gottreich neben den Aßen. Also ich bin echt gespannt, wohin das Ganze führt, das wollte ich damit sagen. Ich bin echt gespannt, wie sie dieses hier einfügen möchten. Und passend zu dieser Folge läuft ja jetzt auch noch Vin Northman an, den ich hoffentlich bald sehen kann, weil auch da habe ich so Bock drauf. Da wird die nordische Mythologie mal wieder behandelt, die eigentlich bei Thor mit einspielt. Ja, das stimmt. Da bin ich auch gespannt auf den Film. Gut, machen wir es so wie immer. Wir machen unser Fazit und Bewertung. Ich bitte dich drum, weil wir heute ja keinen Gast haben. Hau mal dein Fazit zu dieser Folge raus und dann darfst du 0 bis 5 Nilpferde vergeben. Ja, oder Tombbuster-Kassett. Oder Tombbuster-Kassett. Die Horrorelemente waren ziemlich übel und cool eingestreut. Und dann noch so dieser Midpoint da in der Mitte, also wirklich dieser Twist im Jenseits. Das war schon so dermaßen cool, dass man danach nur noch angefixt sein kann. Und ich freue mich jetzt schon auf Twitter, die ganzen Dinger zu lesen, wie sehr das ankommt, weil ich war begeistert. Ich freue mich darauf, die Folgen nochmal zwei, dreimal mindestens zu sehen, weil so viel Spaß hatte ich in einer der MCU-Serien schon lange nicht mehr, auch wenn Horror eine wirklich geile Serie war. Ja, das stimmt. Ja, wie viele Punkte? Also, ja, Punkte würde ich, ich gebe heute mal die vier Tombbuster-Kassetten. Ja, okay. Ich bin da völlig bei dir. Ich habe auch vier Sterne bzw. vier Tombbuster-Kassetten jetzt hier stehen. Ich muss dir überall zustimmen, bei allem, was du gesagt hast. Ich habe noch eine Kleinigkeit, die ich hinzufügen würde, und zwar diese Spannung dadurch, dass Konju jetzt weg ist und Mark bzw. Steven nicht mehr wirklich beschützen kann, dass sie sterben, hat dem Ganzen noch ein bisschen mehr Würze gegeben, dass man es so ein bisschen um diesen Charakter bangen kann, weil jetzt kann er sterben. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber ... Ich finde, das hat ... Das haben dann diese Scooby-Doo-Rennen-Anlagen bei mir wieder so ein bisschen zerstört, aber ich verstehe, was du meinst. Ja, aber das hat ... Wir wissen bei jedem Marvel-Held oder so, dass die im Prinzip nicht wirklich sterben, weil wir wissen ja, okay, laut der Liste von Kevin Feige kommt halt noch Tor 3, Tor 4, Tor 5 und so weiter und so fort. Nur als Beispiel. Tor 3 hatten wir schon. Ja, das war jetzt nur ein Beispiel. Wenn wir Tor 1 gesehen haben und es wurden schon bis Tor 5 angekündigt, wissen wir, dass der nicht in Tor 1 stirbt. Das wollte ich damit sagen. Und selbst wenn, Multiversum. Ja, ja, richtig. Okay, wenn man die Schranktür aufmacht, dann sind wir ... Ja, okay, da gebe ich dir recht. Ja, aber was ich hier meine, ist, wir wussten ja bisher, dass Moon Knight nur auf eine Staffel begrenzt ist oder ist es ja weiterhin. Und es kann ja immer noch so sein, dass er zwar jetzt im Jenseits, diese Psychiatrie, was wir jetzt hier besprochen haben, dieser Folge, dass das auch das Ende sein kann. Und das macht es halt ... Ja, okay. Wir warten einfach mal Folge 5. Loki wurde auch eigentlich als Miniserie angekündigt und dann haben sie auf einmal doch gesagt, Staffel 2. Ich wäre, ich würde sagen, Kevin Feige wäre dumm, wenn er es machen würde, wie die Macher von The Walking Dead und im Vorfeld nochmal 4, 5 Spin-Off-Serien anzukündigen. Ja. Und dann wirklich so diese Dramatik rausnehmen. Hm, wer stirbt denn jetzt? Eigentlich keiner, weil diese Charaktere haben alle Spin-Off-Serien bekommen. Ja, das stimmt. Also macht er das schon sehr klug, dass er die Karten bedeckt hält. Ja, aber vor allem ist es halt auch so eine Sache, wenn dann so ein Charakter wie Moon Knight den jetzt so durch eine Serie zu hypen, dass alle voll geil sind auf diese Figur und dann lasst er sie nach der ersten Staffel schon sterben und dann gibt's die nicht mehr. Das wäre auch, glaube ich, ein Unding. Aber das ist Zukunftsmusik. Mal gucken. Wir werden sehen, aber Oscar Isaac, der hat jetzt durch diese Serie generell im Mainstream so einen Hype bekommen, dass auch er wahrscheinlich jetzt deutlich gewillter sein würde, entweder bei Filmen oder bei einer zweiten Staffel mitzuspielen. Weil die ganze Zeit wird auch davon geredet, wie sehr die Leute auf einmal Oscar Isaac mögen. Ja, vor allem war Oscar Isaac ja schon mal im Marvel-Universum. Aber nicht in dem MCU, sondern in den beiden X-Men. Aber ist ein anderes Thema. Der war eigentlich in so gut jedem Marvel-Universum. Also er war im Sony-Marvel-Universum. Er war auch als Spider-Man 2099, also dieser Spider-Man of the Future, war der auch in To the Spider-Verse. Ja. Und er war eben Apokalypse. Bei den X-Men. Richtig. Und ich bin mir sicher, auch da haben wir auf Apokalypse und auf Cain, auf seine ägyptische Version, auch da haben wir wahrscheinlich Hinweise irgendwo in den Ruinen gesehen, die wir bisher übersehen haben. Mit Sicherheit. Ich freue mich, das nochmal komplett zu durchstöbern, diese Folgen. Ja, so geht es mir auch. Und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir auch schon Feierabend, weil wir sind durch mit der Folge. Ich habe jetzt keinen Punkt mehr. Wir haben unsere Punkte verteilt. Dann verabschieden wir uns. Also liebe, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören. Ich hoffe natürlich, dass ihr uns wieder zuhört bei der nächsten Folge, Folge 5 und vielleicht auch bei der letzten dann, Folge 6, euch wieder als Zuhörer begrüßen zu dürfen. Und bin an diesem Sinne raus. Patrick, wir sehen uns, ne? Wir sehen uns. Genau. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.